hallo meine lieben herzlich willkommen zu einer neuen tagesbotschaft ich weiß nicht ob ihr schon wusstet aber ich glaube ich habe heute ein clown gefrühstückt das könnte für eine anstrengend werden mit mir heute so wir fangen hier mal an ja die karten fallen alle schon raus jetzt geht es los hier für mein kollektiv meine fangemeinde ja schön dass ihr da seid im übrigen ich hätte bitte gerne ein paar mehr abos und likes von euch ja hier zeigt der welt dass es unsere videos hier gibt und dass ihr fans von meinen tagesbotschaften seid leute bitte danke wiedersehen so lasst uns schauen ja guckt mal hier wir haben es wir haben es mit der zeit zu tun zeit ist eine erfindung des menschens wunderbar also irgendwas wird hier zeit was wird denn zeit lasst uns schauen ich habe kein plan was wird denn zeit was wird heute zeit wir fragen die stars die stars was wird hier heute zeit und was geht es hier thema zeit ich weiß ist eine illusion aber trotzdem wir hätten bitte gerne eine antwort von euch zeit was wird zeit du tust es bereits hör auf zu grübeln folge deinem nordstern du denkst du tust nicht genug du denkst du du tust es noch nicht oder beziehungsweise du glaubst vielleicht dass es noch nicht zeit ist das was du tun sollst zu tun aber du tust es schon das ist interessant leute du bist schon voll dabei interessant interessant ha du hast dich verraten nein also hier ist etwas wo du sagst vielleicht brauchst du für eine gewisse art und weise hier mehr zeit oder zeit oder es ist noch nicht die zeit das und das zu tun aber dabei tust du es schon aha das ist immer ein bisschen spannend um was geht es denn bitte hier um was geht es hier heute was tun wir denn hier schon gespräche von herz zu herz ja liebevolle gespräche man redet nett mit einem miteinander man ist liebevoll zueinander es sind gespräche die dich in eine in deine kraft bringen ja positive gespräche sind sind letztendlich gespräche die die dir wieder kraft geben können ja du gehst hier zwar langsam voran und deswegen könnte ich mir sehr gut vorstellen glaubst du dass dass du das noch nicht tust weil es vielleicht nicht schnell genug ist weil es nicht konstruktiv genug ist weil vielleicht immer jemand ist der sagt mach da mal schneller ja aber dabei tust du es ja schon und du hast hier einen zustand der dir herz schmerz bereitet und du sagst ich gehe langsam dieses thema an ja aber ich weiß nicht ob das so genüge ist und wir haben es hier mit dem thema der liebe zu tun ähm es könnte auch sein dass äh hier jemand ganz langsam auf dich zukommt ja und ihr hier vielleicht erstmal liebevolle gespräche von herz zu herz geführt habt und du sagst ähm das tut mir wirklich gut da da kriege ich mehr kraft und ich wachse einfach äh es ist eventuell jemand der ein ich ich sag gerade die zweite gruppe ne es ist eventuell auch jemand der ähm der hier ein Ritter der der Münzen ist der sehr langsam vorangeht weil er weiß dass du hier verletzt bist und irgendwie ist die Zeit ins Land gegangen und auf einmal stellst du fest wir sind vielleicht schon in einer Beziehung oder mehr wie Freundschaft reflektier mal in deinem sein mit was das mit was du hier in resonanz gehst ja ich möchte gerne und ich zeige euch jetzt mal meine ersten karten ich habe mir das kartendeck nochmal geholt weil ähm ich hatte die schon mal gehabt das sind engel herzbotschaften und die sind so schön meine lieben äh ich musste sie mir schon mal holen weil die sind beim umzug leider abhanden gekommen und ähm ich möchte euch daraus gerne sind wirklich meine herzkarten und ich möchte euch gerne für diese legung ähm wo du denkst da da ist vielleicht nur Freundschaft ähm da ist viel mehr entstanden da draus so und zwar engel für schein und wirklichkeit ich lasse meine illusion fallen und blicke der Realität ins Auge wow ey Leute das passt so mega das passt so 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 mega ja okay ähm du sollst hier heute mal du tust es bereits du ich denke du bist hier bereits in einer Beziehung wo du äh ja eine eine freundschaftliche Geschichte hattest und dann hatte man hier mehr schöne Gespräche und dann hatte man hier ähm vielleicht auch nette Treffen und eine schöne Zeit miteinander und man hat sich gegenseitig gesund gestoßen ja und das ist eine Entwicklung gewesen die sehr langsam ging aber dadurch ging es in die Heilung ja und jetzt bist du auf einmal irgendwie hier in einer neuen Beziehung so sehe ich das mhm guckt mal bitte Engel für Karma Erlösung ich darf mich von karmischen Belastung befreien und das ist das hier ist jemand in deinem Feld das ist ja mega Leute hier ist jemand in deinem Feld der dir hilft deine Altlasten aus vergangenen Beziehungen Inkarnation mit dir aufzuarbeiten oh das ist toll heute Leute ich wünsche euch einen ganz tollen Tag heute ich hoffe dass damit ganz ganz viele in Resonanz gehen ähm wollen wir noch mal wollen wir noch mal eine Göttinnenkarte dazu nehmen ja wa ja und dann aber ne wartet mal wir nehmen eine andere ne Göttinnenkarte habe ich ja schon ne wartet mal ähm Quatsch was sag ich denn hier äh was ist denn das kann ich nur um Stunden annehmen Leute hier hier die Claire Story Card 2 die nehme ich doch mit dazu was passiert denn hier aus dieser Geschichte heute wie sind die Tendenzen was wird denn hier draus eine Bürde mhm eine Bürde die du trägst hier ja genau genau unterm Herz das ist die Bürde der Herzschmerz die wirst du gehen lassen die wirst du transformieren die Karma Erlösung eventuell könnte es sein dass du hier dadurch jemanden unter Druck setzt weil du vielleicht sagst ja dann haben wir es hier mit einem Erdstern Zeichen zu tun wo du jetzt dadurch dass du in die Heilung kommst gerne eine Entscheidung möchtest von deinem Gegenüber gib ihm mal ein bisschen Zeit innerhalb eines Monats wird sich hier etwas verändern das ist ja eine tolle Tagesbotschaft hier heute wiii schauen wir mal Leute ja es könnte sein dass zum Anfang er öfter mal er war da er war nicht da er war da er war nicht da ja und es könnte sein dass das Ganze aufgrund dieser Gefühle und Emotionen ähm jetzt hier eine Wende genommen hat und ähm auch er sich mehr auf dich eingelassen hat und dann haben wir nämlich du tust es bereits ja ähm du sollst aufhören zu grübeln du bist mit ihm schon in einer in einer Geschichte drin in einer Art Beziehung oder wie auch immer und ähm letztendlich wurde hier die Bürde von dir genommen du hast alte Themen mit diesen Menschen abgegolten und das wird dir heute unheimlich bewusst werden und du sagst ja was haben wir hier eigentlich wow mega Erlegung Leute habt einen schönen Tag ja ich wollte euch nicht zu sehr zutexten alles Liebe danke für eure Abos Likes und macht es schön genießt die Zeit ihr seid es euch wert ja 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 ja